Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei meiner Rezepte. Ich habe heute ein ganz einfaches Übernachtbrot Rezept für euch. Für dieses Rezept braucht ihr kein Teig kneten, die ganzen Zutaten einfach vermischen in den Kühlschrank geben und nächsten Tag backen. Jetzt zeige ich euch die ganz wenigen Zutaten dazu. Für den Teig brauchen wir 500 Gramm Mehl, ich habe diesmal Typ 550 genommen, 500 Milliliter Wasser, einen halben Teelöffel Salz, 2 Esslöffel Öl und eine halbe frische Hefe. Ihr könnt natürlich auch weniger nehmen. Achtet darauf, dass ihr eine hohe Schüssel nehmt. Alle Zutaten werden einfach in die Schüssel hineingegeben. Dann könnt ihr das mit einem Löffel vermischen und ein bisschen Mehl darüber bestreuen und abdecken. Da ich mein Brot fast immer zu Hause backe, probiere ich natürlich auch verschiedene Rezepte aus. Also das war auch richtig super. Nachdem ihr das abgedeckt habt, könnt ihr das eine Stunde in Zimmertemperatur gehen lassen. Dann kommt der Teig in den Kühlschrank über Nacht. Nächsten Tag habe ich den Teig aus dem Kühlschrank rausgeholt und gebe das dann in eine Backform hinein, welches ich mit Backpapier ausgelegt habe. Ich habe jetzt diesmal so ein Kastenform genommen. Ihr könnt das Brot natürlich auch rund backen. Dann bestreue ich reichlich Mehl darüber und lasse es nochmal im Zimmertemperatur so ungefähr eine Stunde gehen. Das Brot habe ich dann mit einer Schere mehrmals eingeschnitten und im vorgeheizten Ofen bei 200 Grad gebacken. Das Brot habe ich dann sofort aus der Form rausgenommen und das Backpapier abgezogen, damit das durch den Dampf nicht feucht wird. Und wie ihr sehen könnt, sieht das richtig lecker aus und einfach zum Vorbereiten. Jetzt schneide ich das einmal für euch an. Also das Brot ist mir wirklich super gelungen und achtet darauf, dass ihr das Brot erst dann schneidet, wenn es richtig vollständig ausgekühlt ist. Das war es dann auch heute von mir kurz und bündig. Ich hoffe, dass euch dieses Rezept gefallen wird. Euch wünsche ich viel Spaß dabei und sage Tschüss, bis zum nächsten Video.